So, wir waren heute in Mondo Verde. Das ist in Landgraf bei Holland. Das ist so ein kleiner Freizeitpark mit ein paar Tieren und Attraktionen. Und da habe ich ein paar Fotos gemacht natürlich und diesen Kameragürtelclip getestet. Also dazu gibt es noch ein kleines Review in einem anderen Video. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit den Fotos aus Mondo Verde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.